Hallo zusammen, begrüße euch. Wir haben heute den 10.04.2020. Das ist auf jeden Fall das Hauptthema. Da habe ich heute was rausgefunden bei Epoch Times. Und ein bisschen gibt es noch was vom Mainstream. Und ja, wer es denn dann schauen mag, sehr gerne bei BitChute.fk, die sich den Trailer bei Webnews.tv anmachen. Dann den entsprechenden Link kopieren, Browserzeile einfügen und ab geht's. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich. Tschüss.